Hallo Leute, heute in Mathematik in 5 Minuten das Skalarprodukt. Wie sieht sowas aus? Also das Skalarprodukt ist Vektor A mal Vektor B und das ergibt irgendein Skalar. So, jetzt wie berechne ich sowas? Also der Vektor A sei gegeben mit A1, A2, A3 und der Vektor B mit B1, B2, B3. So, jetzt muss ich die erste Komponente vom ersten Vektor mal die erste Komponente des zweiten Vektors. Also A1 mal A mal B1 plus zweite mit der zweiten, A2 mit B2 plus A3 mal B3 und das Ganze addieren. Und dann habe ich meinen Skalar. Machen wir mal ein konkretes Beispiel, dann kann sich hier gleich was darunter vorstellen. 1, 2, 1 und ich habe diese zwei Vektoren gegeben. In diese muss ich jetzt das Skalarprodukt bilden, also 3 mal 1, 3 mal 1 plus 2 mal 2, 2 mal 2 plus 1 mal 1. Das ergibt 3 plus 4 plus die 1 und das ist somit dann die 8 und das ist mein Skalar. So seht ihr, so berechnet ihr ein Skalarprodukt. Ich hoffe mein kurzes Video hat euch gefallen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Mathematik in 5 Minuten.